Wir sind die Klinge der Freiheit! Agoji! Usu! Dieses Königreich wurde schon immer von den Agoji verteidigt. Eine Einheit von Frauen, die aus den ungewollten Kriegerinnen machte. Auserwählt zu werden, ist die größte Ehre. Agoji! Usu! Agoji! Usu! Agoji! Usu! Agoji! Usu! Was siehst du? Dass wir weit in der Unterzahl sind. Sie wissen nicht, dass etwas Böses kommt. Du verlangst von mir, sie in einen Krieg zu führen. Es gibt Dinge, für die es sich lohnt zu kämpfen. Unser ganzes Leben haben sie uns Geschichten, über die Agoji erzählt. Als Kriegerin musst du deine Tränen töten. Trainiert hart. Kämpft härter. Ihr fürchtet niemanden. Und ihr fürchtet keinen Schmerz. Unsere Narben sind unser Stolz. Wir erzählen die Geschichte, dass wir stärker waren. Wie wir überlebt haben. Wir kämpfen gegen die, die uns versklaven. Wir sind die Klinge der Freiheit. Jetzt kannst du dich an mich erinnern. Agoji! Böses 3 2 3 3 4 8 9 11 10 11 8 11 Vielen Dank.